Nostra Gangster, wir haben den Zug getaggt. Für die internationalen Fans, weil die Deutsche Bahn fährt ja auch gerne mal nach London oder so. Wir wollen damit eigentlich nur markieren, wie süffig der Zug ist. Krass. Man merke an, dass er komplett nass ist. Also das lässt sich gar nicht mehr abwaschen, das lässt sich nur abkratzen. Ist das irgendwie fettig wahrscheinlich. Also wenn ihr diesen Zug findet, dann kriegt ihr ein exklusives T-Shirt. Das liegt hier unter dem das Gleisen. Einfach mal da unten kurz gucken. Wir verschenken da wieder.